Wir müssen dein Pferd mitnehmen, Junge. Warum? Dein Vater kann seine Schulden an Prinz John nicht zurückzahlen. Deswegen müssen wir das Pferd verkaufen. Tut mir leid. Aber ohne Lightning können wir das Feld nicht pflügen. Was sollen wir denn essen? Wache! Lightning! Ich befolge nur Befehle, mein Freund. Mein Lightning! Lightning! Oh nein, Robin! Hier, du dummer Esel! Am besten verschwindet ihr jetzt, Sheriff. Wir sehen uns wieder, Robin. Ich freue mich schon drauf. Danke. Aber leider könnt ihr mich ja nicht immer beschützen, Robin. Meine Familie und ich, wir müssen also von hier flüchten. Ist er ein schnelles Pferd? Lightning? Er ist ein Champion! Passt mal auf! Wow! Wie schneller ist deine Pfeile, Robin? Mach doch bei Prinz Johns Pferderennen mit. Wenn du das gewinnst, dann kannst du eure Schulden abbezahlen. Und dann lässt euch auch der Sheriff in Ruhe. Äh, aber das hat er noch nie gemacht. Er hat Angst vor Tieren und ganz besonders vor anderen Pferden. Keine Sorge, Tuck wird das schon hinkriegen. Hm. Eine Frage, Sheriff. Wer ist der beste Reiter mit dem schnellsten Pferd im ganzen Königreich? Das seid ihr, Majestät. Natürlich, natürlich. Aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich möchte weder meinen Titel noch das Preisgeld verlieren. Ich muss gewinnen. Hast du verstanden, was ich damit sagen will? Wieso veranstalte ich wohl dieses Rennen? Um mein Gold zu verschenken? Nein, um mich zu zeigen. Ein König muss bewundert werden, beklatscht und vielleicht sogar geliebt. Hopp, hopp, ich verlasse mich auf dich. Und? Wir machen genau das gleiche wie jedes Jahr. Wir halten unsere Augen offen und kümmern uns um jeden ernsthaften Konkurrenten. Das wird wieder ein Spaß.